Jo, meine Freunde, was geht? Herzlich willkommen hier zurück zu KurenTV Uncut. Wir reagieren heute auf Unico Online, der hat nämlich ein Video hochgeladen. Aline Bachmann bedroht wieder Leute und ja, bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Warte, lässt das Nero wahrscheinlich auch nicht lange aus sich warten. Wir gucken mal rein. Wir müssen reden. Hi Leute, heute sprechen wir mal über Aline Bachmann, die sich zu Like Us geäußert hat. Ja Leute, immer noch Like Us. Die Sendung, die vor wie vielen Jahren an diesem Punkt, drei Stück oder so, gedreht wurde. Das war doch so ein Content-Haus, da haben die verschiedene Leute... Da war KS-Fig auch, ne? ...reingesteckt. Ich glaube hauptsächlich Leute von TikTok. Da waren so Leute wie Julia Oemmler dabei. Da war dieser Pizzaboy, der auch bei Katja im Musikvideo mal drin war. Ich weiß gar nicht mal, welches Musikvideo, aber der, glaube ich, ursprünglich dadurch bekannt wurde. Und halt lauter so Leute in diesem Content-Haus drinnen. Und damals war das ja so, dass die irgendwie diese Reality-Show da drinnen filmen sollten, gleichzeitig aber ihre Handys haben durften. Was zu einer sehr seltsamen Dynamik gesorgt hat, weil dann plötzlich Leute aus dem Internet die Leute in der Sendung direkt kontaktieren konnten, während die Sendung gedreht wurde. Das war auch eine ganz verrückte Situation, weil damals ja auch diese Hochphase oder Tiefphase, wie man es auch immer sehen will, von Aline Bachmann war, in der sie ja super viel Leute abgezogen hat und lauter so ein Zeug veranstaltet hatte. Und deshalb wurden natürlich auch super viele Leute aus dem Haus dann wegen Aline Bachmann kontaktiert und vor ihr gewarnt. Gleichzeitig haben die dann alle Statements gepostet, so, ja, wir machen uns unser eigenes Bild. Wir wissen ja nicht, was stimmt und was nicht. Was natürlich nur semi-glaubwürdig ist, weil selbst damals, ja, zum Beispiel ich ja schon mein ganzes Drama mit Aline Bachmann hatte und verschiedene Videos dazu hatte und auch andere Leute angefangen haben, dann Videos zu machen und so ein Zeug. Das heißt, es gab definitiv Content über sie und über die Dinge, die sie macht. Und da wurde ja damals schon extrem viel geteilt. Also, ich glaube, dieses eigene Bild machen hieß eigentlich eher so, ja, wir können es halt eh nicht ändern, die ist halt da. So hatten viele wahrscheinlich auch keinen Bock auf das ganze Drama. Am Ende des Tages hat es die dann ziemlich in den Arsch gebissen, weil die ja dann alle selbst riesige Probleme mit Aline Bachmann hatten. Die Like-Ass-Sendung wurde ja bis heute nicht ausgestrahlt. Es gab ein riesiges Drama. Stimmt, das wurde gar nicht ausgestrahlt, ne? Es gab danach nur, glaube ich, so ein Statement von Aline, dass sie ins Krankenhaus fährt, weil sie irgendwie von allen gemobbt wurde. Und dann gab es so ein paar Leute, die sich dazu geäußert haben, dass Aline sich sehr weird verhalten hat und das war's. Boah, wie gerne würde ich die Serie sehen, ne? Wirklich. Aline Bachmann, sie war in einem Livestream, in dem sie die Produzentin angeschrien hatte. Sie hat behauptet, sie würde dort gefangen gehalten werden und alles Mögliche. Dann hat sie behauptet, sie wäre nachts durch den Wald geflohen von dieser Sendung. Am Ende hat sich herausgestellt, sie ist nicht nachts, also zu Fuß hat sie behauptet, ja. Nachts zu Fuß durch den Wald geflohen. Was nicht die Wahrheit war, wie wir uns aber auch alle denken konnten. Und dann hieß es ja irgendwie immer wieder, ja, irgendwann wird die Sendung ausgestrahlt, irgendwann wird die Sendung ausgestrahlt. Ich check so Leute wie Aline nicht wirklich. So, jetzt gab es aber wieder etwas, dass ein neues Drama mit Aline Bachmann losgetreten hat und zwar in Bezug auf die Sendung. Und witzigerweise startet das Ganze aber mit Sam Dillon, denn dieser hat über die Produktionsfirma hinter Like Us gesprochen, denn er sollte doch ebenfalls eine Sendung mit denen machen. Und da hat er wohl vertragliche Probleme und hat darüber gesprochen, ich werde alles mit euch durchgehen. Anschließend hat Aline Bachmann das gesehen. Die, die mir auf Instagram folgen, haben das ja schon mitbekommen, dass ich meinte, Lord have mercy. Sie hat es mitbekommen und ja, es hat dafür gesorgt, dass sie wieder ausgeflippt ist. Ich weiß noch nicht, wie lange der Stream heute geht. Sie hat Stories gepostet. Sie hat Leute aus der Sendung damals aus irgendeinem Grund einfach wieder kontaktiert und hat angefangen, die zu beleidigen. Ich werde euch das gleich alles zeigen. Beginnen wir einmal mit den Stories, die das alles losgetreten haben. Also Sam Dillon hatte... Ich finde es auch komisch, dass Juniko da einfach so ein Mikrofon in der Hand hält. Also ich weiß nicht, du könntest es halt, also du könntest dir ein Aschleck-Mikrofon holen oder das irgendwo hinstellen. Folgende Stories gepostet. Sorry, ich musste ein paar Tage den Reset-Knopf drücken und mich einfach mal zurückziehen. Ich war einfach total ausgelaugt und wollte einfach mal für mich alleine sein. Es sind viele Dinge aktuell, die mich auch ausgelaugt haben. Vor allem es halt auch trotzdem, ne? Ich glaube, ich bin bei meinem Anwalt inzwischen der beste Klient. Ich muss mich leider mit mehreren Dingen rumschlagen. Zum einen ist diese Woche an einer Person von Insta eine Unterlassungserklärung rausgegangen. Zum anderen habe ich jetzt endlich meinen Anwalt beauftragt, alle Leute Post zu schicken, die mir noch Geld schulden. Ich habe es lange so versucht, aber sie lassen mir keine Wahl. Ich habe euch geholfen, wo es euch schlecht ging oder wo ihr kein Geld für den Urlaub gehabt habt. Und wenn man fragt, wann ich das Geld zurückbekomme, bin ich der Böse. Also Konsumschulden zu machen, ist ja auch schwierig, aber gut, naja, irgendwie muss das Perfekt-Instagram-Live ja laufen. Ich belohne mehrere tausend Euro und so muss das jetzt mein Anwalt klären. Ja, sowas finde ich übrigens auch einfach mega schlimm, wenn du irgendjemandem Geld leihst und die geben es dir dann halt nicht wieder wie abgesprochen. Sowas finde ich halt immer unfassbar nervig. Deswegen bin ich zum Beispiel einer auch mit Freunden oder so. Ich leihe wirklich ultra ungerne Geld. Also nicht, weil ich jetzt meine Freunde nicht unterstütze. Also ich leihe auch schon mal Geld, aber immer mit so einem schlechten Bauchgefühl. So, weil das Ding ist, wenn die mir das halt nicht wiedergeben, dann steht das halt immer zwischen ein. So automatisch einfach, ne? Weil das natürlich halt gar nicht fit geht. Sagen wir mal, ich leihe jetzt jemanden 100 Euro einfach, so, ne? Und man sagt halt, okay, du gehst mir das nächste Woche wieder. Dann heißt es, ja, aber ich habe das jetzt nicht. Nächsten Monat, dann, ah, es ist noch ein Monat und noch ein Monat. So, irgendwann weißt du halt, du wirst das Geld halt nicht wiederbekommen, so. Und, äh, weiß nicht, auf so einen Stress, habe ich ja doch ehrlich gesagt einfach keine Lust mit meinen Freunden, ne? Deswegen leihe ich mir zum Beispiel auch sau ungerne Geld, aber verleihe auch sehr, sehr gerne, ne? Ähm, sowas macht halt die... Also kann einfach Freundschaften kaputt machen, theoretisch, ne? Schlimme, dass ich mich seit fast einem Jahr mit einer ganz unseriösen Produktionsfirma rumschlagen muss, die ja meine eigene Show umsetzen sollte. Hier geht es um knapp 100.000 Euro. Die gleiche Firma, die dieses unterirdische Format... Ja, ich habe zum Beispiel auch mal, äh, einem Kollegen Geld, äh, Geld gegeben. Das war jetzt auch kein, kein so riesig hoher Betrag. Äh, wir haben halt vorher schon abgemacht, wie er mir das zurückgibt und ich habe auch zu denen gesagt, so, guck mal, gib mir das Geld bitte zurück, so. Es geht mir nicht um den Geldbetrag, der ist mir egal, aber ich habe keine Lust irgendwie deswegen Stress zu haben. Wir haben das abgemacht, gib es mir bitte wieder. Hat es aber auch wirklich dann perfekt gemacht, so, ne? Hat Like Us gedreht hat und hier bringt er die Sendung auf und... Ja, Jero, KuchenTV, zurückgeben jetzt. Ja, äh, das Ding ist, ihr wisst wahrscheinlich, äh, der Schreck, danke für den Prime Stop. Also, Jero hat mir ja tatsächlich mal Geld geliehen. Das war kurz bevor ich meine Steuerschulden hatte und meine Partnerschaft, äh, also meine YouTube-Partnerschaft und so weiter verloren habe. Und ich überlege gerade, da habe ich, ich glaube auch so 8, 9, 10.000 Euro ungefähr oder 7.000 irgendwie so, glaube ich, von ihm bekommen. Und das war tatsächlich so, dass ich zu der Zeit mir das dann anfangs, äh, gar nicht leisten konnte, ihm zurückzuzahlen, ne? Also, äh, das war auch für mich einfach mega unangenehm, so, ne? Weil ich weiß ja, dass ich ihm das Geld schulde, so, und dass eigentlich was abgemacht war. Da war halt meine Partnerschaft weg und so weiter. Da habe ich dann irgendwie 1, 2 Placements nicht bekommen, weiß, dann auf einmal muss du halt gucken, wie du's machst. Das Ding ist, Jero war auf jeden Fall mega korrekt. Also, er hat mir Geld geliehen. Ich habe dann angefangen, da schon eine Raten zurückzuzahlen. Und, äh, dann wurde mein, äh, Konto gefendet von, ähm, einer YouTuberin, die gerechtlich gegen mich vorgegangen ist, wo ich verloren hatte. Und, äh, dann hat er mir das Geld auch gegeben, weil ich hatte das halt nicht. Und dann konnte ich das aber dann halt, äh, mit der Zeit auf jeden Fall zurückzahlen, ne? Dann, dann lief's ja auch irgendwann gut, ne? Also, guck dir vor Ancard und, äh, mal ein paar Placements und so. Also, das ging, aber es war trotzdem halt, also, ist sehr nervig, so was, ne? Gerade wenn du jemandem Geld schuldest, finde ich das auch, also, finde ich das, ja, was heißt fast noch schlimmer? Es ist nerviger natürlich, wenn's dir fehlt. Aber es ist halt irgendwie sehr unangenehm, wenn du Geld geliehen bekommst und du kannst es halt nicht zurückzahlen, so, und du willst es aber eigentlich, ne? So fängt das Ganze dann an, dass bis heute nicht ausgestrahlt wurde und ich nach eineinhalb Jahren auch noch immer nicht meine Gage bekommen habe. Hier klagen auch bereits mehrere Kandidaten. Diese ganze Geschichte ist so kurios und unglaublich und werde ich erzählen, sobald das abgeschlossen ist. Da ist ja aktuell noch ein laufender Prozess ist. Ich kann euch nur raten, egal was ihr macht, freundschaftlich oder beruflich, vergewissert euch immer ganz genau was Seriöses und noch viel mehr, ob es echte Freunde sind. So, und da, ähm, Like Us in einer Story zu schreiben, dass Aline Bachmann äquivalent von 3x Bloody Mary um Mitternacht vor einem Spiegel gerufen ist, ist sie dann aufgetaucht und sie hat dann eben die Story von Sam Dillon gerepostet und hatte da erstmal noch nichts hinzugefügt, aber einfach... Vor allem, also, da geht's doch auch gar nicht um sie, hä? Achso, gut, dass Like Us nicht ausgestrahlt wurde. Ja, gut, aber... ...eben seine Story gezeigt, in der er über das Like Us-Format spricht und über die Produktionsfirma und dann meinte sie dazu, wann wird das wohl ausgestrahlt? Überhaupt noch? Nachdem was ihr im Haus abgesogen habt? Also, ich habe auch bis heute noch keine Gage gesehen, obwohl alle Vertragsbedingungen erfüllt worden sind. Und wenn man an das Drama von damals denkt, ich weiß nicht, also, wenn die da einfach nur einen Standardvertrag mit ihr hatten, hatte ihr Verhalten zu dem Zeitpunkt durchaus einige Vertragsverstöße ausgelöst. Aber gut, das ist etwas, was die vor Gericht klären müssen. Aber interessant, dass Sam Dillon sagt, dass es immer noch ein laufender Prozess auch mit Like Us ist, weil es wurde ja immer wieder mal kommuniziert, irgendwann soll die Sendung ausgestrahlt werden, irgendwann soll die Sendung ausgestrahlt werden. Es gäbe noch einen laufenden Prozess. Von vielen Leuten im Internet ging es dann ja so, und da zähle ich mich an dem Punkt dann auch dazu, dass man irgendwann dachte, okay, die erzählen einfach nur noch, dieses Format wird nie im Leben ausgestrahlt. Aber wie es aussieht, gibt es tatsächlich immer noch rechtliche Schwierigkeiten. Wer jetzt dachte, damit hat es sich erledigt, nein. Also, ich würde gerne diese Like Us-Ding sehen, also, für die Leute, die das nicht mitbekommen haben, Like Us war, also, hat er ja schon kurz gesagt, so ein Haus, wo die alle waren. Und Aline Bachmann hat da wohl super viel Stress gemacht und war dann auch richtig unbeliebt und so weiter. Und ich glaube, da gibt es so geile Aufnahmen von. Ich will die haben, ich will das sehen, wirklich. Ich habe euch ja erzählt, Aline Bachmann hat angefangen, Leute aus dem Haus zu kontaktieren und diese zu attackieren. Und, ja, Julia Oemmler hatte dann eine Story gepostet mit einem Chatverlauf von Aline Bachmann, in dem, ja, sie ein paar freundliche Worte erhalten hatte. In dem Chatverlauf sieht man, ich habe heute endlich mal sie in die Vierge bekommen. Du kannst dich bestimmt noch damals an die Produktion erinnern mit Like Us, mit Heidi, als Heidi mich damals gegen meinen Willen im Haus festgehalten hat und alle auf mich aufgehetzt hat. Ich habe damals die Wahrheit gesagt und die Frau gehört hinter Gitter. Denkt sie, hinter Gitter ist eine Ortsangabe? Weil sie schreibt das als ein Wort. Du hast mich damals privat kennengelernt. Die gehört hinter Gitter. Kein schlechter Mensch. Nun kommt langsam endlich alles ans Licht. Was hast du gesagt? Sie hätte nicht zugeschlossen. Dann hat sie noch ein paar Sprachnotizen geschickt, die ich euch gleich zeigen werde. Und sie hatte das Ganze mit Danke für die nette schizophrene Unterhaltung. Digga, also jetzt mal wirklich, also jetzt mal kein Spaß. So, Aline Bachmann muss doch irgendwelche psychischen Schwierigkeiten haben, oder? Also, so ist doch kein Mensch drauf. Also, es ist ja nachweisbar, dass sie sich schon super oft irgendwelche Sachen hat ausgedacht. Dass sie sich irgendwelche Sachen ausgedacht hat. Na ja, zum Beispiel da, dass sie irgendwie alleine durch den Wald weggelaufen ist. Und auch so bei den ganzen Videos mit Just Nero und so. Die lügt ja wirklich so komplett. Alles ist ja quasi gelogen. Wie gesagt, ich habe schon mehrere Videos zu ihr gemacht. Also, das ist doch kein normales menschliches Verhalten. Also, gerade auch, da sie immer so emotional angreifen wird. Wie da zum Beispiel wieder. So, wo sie dann Leuten irgendwas vorwirft, was wahrscheinlich so überhaupt nicht passiert ist. Also, das ist doch, also jetzt mal wirklich, die braucht doch Hilfe, oder nicht? Tiert was. Warum macht keiner was? Die angebrachte Wortwahl ist, irgendwie habe ich richtig angefangen zu zittern. Lachen ist was Schönes. Und jetzt hört man, was Aline Bachmann noch so in Worten zu sagen hatte. Julia, kannst du ein Screenshot von machen, wie du willst? Ich werde dich öffentlich auseinandernehmen. Dafür, was du gemacht hast. Das kannst du mir glauben. Mhm. Und was ich dir auch gleich sagen werde, ist, ich werde auch anwaltlich, polizeilich gegen dich vorgehen. Mach dich auf was gefasst. Kannst du mir glauben? Mhm. Mhm. Du hast nämlich viele Dinge getan im Haus. Zum Beispiel auch unterlassene Hilfeleistungen. Hast mich im Netz so dämlich dargestellt, dass keine Türe abgeschlossen worden ist. Ich soll mich ja mal nicht so aufführen. Julia, die Wahrheit kommt ans Licht, früher oder später. Aber ich werde dich auseinandernehmen. Julia hat da noch in eigenen Worten etwas zugesiegt, wie sie die Situation wahrgenommen hat. Und was jetzt ihre Motivation war, das am Ende des Tages zu teilen. Leute, was soll ich denn dazu sagen, ne? Ich stehe zu Hause. Am Herd. Und dann kommt sowas. Und ich denke mir so erstmal, warum schreibt mir die Bachmann schon wieder? So, ich hab die doch eigentlich auf allen Kanälen blockiert. Ich hab mit der nichts am Hut. Ich will von der nichts mehr wissen. Ähm. Ich hab teilweise, wenn sie gegen mich geschossen hat, auch nicht mehr zurückgeschossen, weil ich mir dachte, so ist mir eigentlich auch völlig Bums. Ähm. Hab dann auch gedacht, ey, warum ist die jetzt schon wieder so nett, ne? So Pseudonett. Auch das haben wir ja schon alles miterlebt, dass das umschwingt in Sekunden. Und dann dachte ich mir, okay, die schickt Videos. Und da ich ja eine Anzeige gegen sie erstattet hatte, wegen, ähm, meiner Firma, wegen Rufmord und so weiter. Ähm. Ja, nehm ich das mal zur Sicherheit auf. Gar nicht, um irgendwas, irgendwas dagegen zu sagen oder so, ne? Ich wollte das eigentlich so stehen lassen. Und dann, wenn ich zu Ende gehöre, beleidigt die mich schon wieder. Was ist los mit der? Tja, der wilde Westen Instagram. Was denkt ihr über das Ganze? Schreibt mir eure Meinung jetzt gern unten in die Kommentare. Ich werde gleich darunter kommen und ganz gerne nachschauen, ob ihr das auch wirklich getan habt. Denkt ihr, oh, jetzt habe ich sehr nasal gesprochen. Denkt ihr, dass die Sendung Like Us noch ausgestrahlt wird, bevor die Polkappen schmelzen und die Niederlande statt Tulpenmeer ein echtes Meer werden? Ich muss aber ehrlich sagen, an diesem Punkt, ich meine, irgendwo war es dann so viel Drama um die Sendung, dass es sich immer weiter aufgebaut hat, immer weiter aufgebaut hat und ich immer mehr Interesse hatte, tatsächlich mal zu sehen, was dort abging, ja. Aber mittlerweile ist das irgendwie so eine alte Kamelle, so eine olle Kamelle. Boah, ich hätte Bock, das zu sehen. Ich würde auf jeden Fall, dass es ausgestrahlt wird. Ich habe gar nicht mehr Fass mal, die Sendung zu sehen. Das ist ja nicht mal etwas, was irgendwo auf einer Streaming-Plattform normal erscheint. Die haben doch irgendwie so eine eigene App, da muss man dann selber ein Abo nochmal abschließen, um sich das dann reinzuziehen und so. Und ich denke mir so, okay, es ist jetzt Jahre her, I don't care, ehrlich gesagt. Aber das ist doch auch nicht Jahre her, oder? War das nicht letztes Jahr oder so? Oder ist das wirklich schon Jahre her? Gar kein Zeitgefühl mehr bei solchen Sachen. Ja, also wie gesagt, ich bin der Meinung, dass Aline Bachmann auf jeden Fall Hilfe braucht, also dass die alleine irgendwie rumlaufen darf und sich um sich kümmern darf. Scheint auf jeden Fall nicht richtig zu sein. Also zumindest sollte man die irgendwie mal untersuchen. Also ja, also keine Ahnung, ihr kennt die ganzen Videos von Just Nero, von mir, von anderen Personen. Unica hat auch sehr viele Videos über sie gemacht. Also von daher, ja, finde ich das krass auf jeden Fall. Also irgendwas muss doch da echt sein. Ja, bin auf jeden Fall, bin gespannt, was das noch wird. Und wir hoffen einfach mal, dass Like also auf jeden Fall noch ausgestrahlt wird. Und wir hoffen einfach mal, wie gesagt.